Wie viele kommen jetzt davon? Ungefähr zwölf. Man kann damit leben, ne? Ja, auf jeden Fall. Schmerzhaft ist es nicht. Früher hat man das mit Spritzen gemacht. Das war ein bisschen schmerzhaft. Aber so jetzt mit der Pistole hat sich die Schmerzen um die 70-80% reduziert. Deshalb eine sehr gute Technik, ne?